nun möchte ich euch einmal einen kleinen einblick geben wie es ausschaut wenn man gemeinsam an einer datei arbeitet ich befinde mich nun im geteilten bildschirm links haben wir den account von peter rechts haben wir meinen ich befinde mich auf der desktop oberfläche und peter in der online variante wir nun seht haben wir beide dasselbe dokument offen und hier oben rechts erhalte ich einmal die information dass peter sich in dieser datei befindet und peter erhält natürlich auch die information dass ich mich in der datei befinde so habt ihr auf jeden fall schon mal einen überblick darüber wer alles in dieser datei unterwegs ist gleichzeitig haben wir auch hier einen kleinen reiter bzw ich sehe dass peter in der datei unterwegs ist und zwar an diesem punkt und peter sieht dass ich in der datei unterwegs bin und ich befinde mich genau dort und auswähle springt dieser auch hier rüber wenn ich nun eine sache in dieser datei umänder um bearbeite bekommt der kollege wenn er die datei öffnet eine information darüber dass etwas verändert wurde hier sehen wir zum beispiel dass peter eine info bekommt dass ich am 20 märz um 19 58 den blau markierten bereich hinzugefügt habe somit seid ihr auch auf dem aktuellen stand wenn ihr in eine datei hinein geht werdet ihr automatisch informiert dass dort eine änderung stattgefunden hat und ihr könnt euch genau anschauen wann wo und was für eine änderung dort eingefügt wurde gleichzeitig haben wir hier auch noch die möglichkeit ein bearbeitungs oder ein überprüfungs modus einzuschalten ihr habt natürlich auch die möglichkeit kommentare zu nutzen um änderungen festzuhalten ihr könnt eine nachverfolgung einschalten ihr habt also sehr viele möglichkeiten aber im grunde genommen geht es auch darum hier wieder regeln aufzusetzen das heißt wenn ich in einer datei etwas bearbeite wäre es natürlich auch am besten und geschicktesten wenn ich dieses dann auch mein kollegen mitteile habe ich was geändert kann ich natürlich in meinem team eben notieren habe an der datei gearbeitet folgendes habe ich hinzugefügt bitte einmal gegen lesen und überprüfen das wäre natürlich die beste möglichkeit zu arbeiten aber wenn das mal vergessen wird habt ihr hier auf jeden fall möglichkeiten etwas zu ändern und wenn ich nun hier einmal was eintragen seht ihr wie auch in echtzeit diese information in dem dokument erscheint und gleichzeitig sieht peter dieses auch und durch diese farbliche markierung haben wir natürlich auch eine übersicht wo wer unterwegs ist gleichzeitig hat microsoft auch noch mal ein schutz eingebaut das heißt wenn wir uns im selben absatz befinden können wir keine änderung vornehmen auch in excel haben wir einen entsprechenden schutz ich öffne dazu einmal eine excel tabelle nun befinden wir uns einmal in excel wie ihr seht haben wir hier dann natürlich auch entsprechend die markierung oben rechts und in der zelle hier in excel ist es so wenn beide sich gleichzeitig in einer zelle befinden kann auch dann wieder nur einer diese zelle bearbeiten beide gleichzeitig würde nicht funktionieren auch für powerpoint haben wir eine sicherheit eingebaut in powerpoint ist es so dass jede folie immer nur von einer person gleichzeitig bearbeitet werden kann also wie in diesem kurzen beispiel gesehen habt funktioniert es wunderbar gleichzeitig in einer datei zu arbeiten man sollte natürlich einmal absprachen treffen regeln richtlinien aufsetzen wie dort zu arbeiten ist aber im grunde genommen haben wir viele möglichkeiten diese zusammenarbeit aufzusetzen wir haben möglichkeiten sicherheitsmechanismen zu aktivieren und es sind natürlich auch standard regeln aktiviert und eingesetzt die uns das ganze arbeiten ein wenig vereinfachen und natürlich auch davor schützen dass daten kaputt oder verloren gehen auch haben wir hier die möglichkeit einen entsprechenden versions stand wieder herzustellen wenn wirklich alles kaputt gegangen ist können wir zu bestimmten punkten der bearbeitung zurückspringen und auch dann die daten sichern also kurz und knapp viele sicherheitsmechanismen gute funktion und zur datensicherung die daten wiederherstellung habt ihr auch noch möglichkeiten wenn ihr euch in diesem punkt einmal ausprobieren wollt tut es gerne sammelt erfahrung werdet sicher im umgang und lernt diese möglichkeit zu schätzen und zu lieben wir sehen uns beim nächsten Mal